jo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video endlich kommt ein neues video heraus und heute fahre ich mal durch den odenwald also durch den südlichen odenwald und dann ins neckartal und dann nach heidelberg so und ich hoffe ihr habt alle spaß an dem video und wenn ihr nichts verpassen wollt dann könnt ihr gerne meinen youtube kanal abonnieren und die glocke let's go Ich bin der Ich bin der Drei 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 Das war's für heute. ich befinde mich hier jetzt in der Weinheimer Innenstadt hier ist in der mitte von Weinheim und in die richtung werde ich dann weiter fahren Richtung Goxheimer Tal und dann da werde ich dann Richtung Heiligkreuz Stein nachfahren und dann ins Neckartal also viel Spaß jetzt auf der weiteren Tour und jetzt geht es wirklich in die Berge rein jetzt kommen die Steigung Leute so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, da hinten, da seht ihr diese Straße, ja da kommen wir gleich hin. Und kurz nach dieser Stelle sind die Steigungen vorbei. Ich fahre die letzten Meter und dann ist die Steigung zu Ende, dann geht es bergab bis ins Neckartal. Ja, wir sind jetzt so 440 Meter Höhe, so ungefähr. Ja, und Weinheim liegt so 100 Meter hoch. Ja, 350 Meter Höhenunterschied. So in einer Dreiviertelstunde, eine bis Dreiviertelstunde habe ich gebraucht. So, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt fahren wir runter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Heidelberg, 22 Kilometer. Da wollen wir hin. So Leute, ich bin jetzt hier am Neckar. Hier, wie ihr sehen könnt, hier der Neckar. Ich mach mich mal ein bisschen frei. So und jetzt bin ich schön durch den Rohnwald geradelt und jetzt hier bin ich in Neckarsteinach. Und jetzt werde ich weiter nach Heidelberg fahren. Ich kann nur das Rohnwald werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt könnt ihr hier nochmal anschauen, wie schön das aussieht. Ach, hier. Und hier ist die Brücke, wo ich mein Intro gedreht habe. Also, ihr habt ja bestimmt im Intro gesehen und in den anderen Videos, in meinem Intro habt ihr ja gesehen, wie ich über diese Brücke gefahren bin. So, und jetzt fahre ich weiter Richtung Weinheim. Da muss ich in die Richtung. So, hier Weinheim, 16 Kilometer. Dauert so gleich so eine halbe Stunde. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, wir sind jetzt endlich in Weinheim. Juhu. So Leute, und das war's jetzt mit dem Video. Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like geben, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram und auf TikTok folgen. Die Links sind unter der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zum nächsten Video. Ciao.